Alles neu im Jahr 2022. Hier erfährst du die wichtigsten Infos dazu. Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Christian von easyandshow.ch. Schön, bist du heute wieder dabei. Gefällt dir unser Kanal? Dann bitte hier abonnieren zum Thema Finanzen, Steuern und Versicherungen. Heute gebe ich dir ein Update, was dann im Jahr 2022 bereits geändert hat und noch ändern wird. Legen wir los. Erstes Thema ist die AHV-Reform. Wenn ich dieses Video drehe, sind wir im Monat März und dann ist eigentlich noch Zeit, bis die Referendumsfrist abläuft. Wahrscheinlich wird es dieses Jahr oder nächstes Jahr zumindest eine Abstimmung über die AHV-Reform 2.21 geben. Was heisst dann das, über was wir plus minus abstimmen werden? Rentenalter erhöhen bei den Frauen von 64 auf 65. Dann entsprechende flexibere Bezugskonditionen im Thema Teilaufschub und Teilvorbezug. Dann sollte es verschiedene Anreizsysteme geben, damit man sich noch weiter beschäftigen kann ab 65. Und, guter letzter Punkt, Erhöhung der Mehrwertsteuer von 7,7% aktuell auf 8,1%. So, wenn die Saison natürlich draußen ist, dass das Referendum zustande kommt, dann werde ich mir darüber abstimmen. Let's see how that goes, wenn wir dann darüber abstimmen. Gibt sicherlich von mir dann noch ein Video zum Thema der AHV-Reform separat. Dann, was ab 1.1.2022 bereits eingetreten ist, ist das revidierte Versicherungsvertragsgesetz VVG. Wir haben bereits schon ein Video gemacht, wo ich dir wirklich die Details erkläre und die wichtigsten Änderungen. Wir blenden das hier schnell ein. Versicherungsvertragsgesetz Revision 222, kurzum, es gibt neuen Widerrufsrecht, 14 Tage nach Versicherungsabschluss. Du kannst per E-Mail neu kündigen. Maximale Vertragslaufzeiten sind neu drei Jahre. Dann, der wichtigste Punkt, die QR-Rechnung kommt. Das ist diese Rechnung mit diesem komischen Schwarz-Weiss-Code und dem Ding. Die kommt und zwar ist es wirklich so, dass die orangenen und die roten Einzahlungsscheine nur noch Gültigkeit haben bis zum 30. September 2022. Die gibt es nachher nicht mehr. Es gibt nur noch QR-Rechnung. Das heisst, du wirst in Zukunft solche Rechnungen erhalten und nicht mehr mit Einzahlungsscheinen. Das heisst, viele Unternehmen sind jetzt an der Umstellung dran für den QR-Code. Oder haben das bereits getätigt, aber es wird keine schöne Einzahlungsscheine mehr geben Ende des Jahres. Dann, das Datenschutzgesetz. Das ist noch nicht in Kraft, aber man geht davon aus, dass es relativ schnell gehen könnte. Das könnte sogar diesen Sommer noch der Fall sein. Hier ist es wichtig, dass die Unternehmen schon ein bisschen darauf vorbereiten, damit man dann schon wirklich up-to-date ist. Es gibt sicherlich eine Übergangsfrist, aber entsprechend, dass man sich darauf vorbereitet. Es geht ein bisschen in den Raum DVSGO wie in Europa. Wahrscheinlich ein bisschen abgeschwächt. Aber es gibt sicherlich dann zwei bis drei, nehme ich jetzt einmal, sehr klare Änderungen, die dann relativ schnell umgesetzt werden müssen. Da, der Gang aufs Amt wird teuer. Was meine ich damit? Die Post ist teurer geworden, wenn du einen Brief versendest. Ich bin das beste Beispiel. Ich habe das gar nicht gecheckt, dass das passiert grundsätzlich. Aber es wurden ja neu die Tarife erhöht. Die A-Post kostet neu 1 Franken C für den normalen Brief. Vorher war es 1 Franken und die B-Post 990 Rappen. Früher war es 85 Rappen. Also das ist auch toll. Die Post wird teurer. Im Grundsatz kann die Post machen, was sie will. Public Service hin oder her meine ganz eigene Meinung. Dann gibt es noch ein ganz interessantes Gesetz. Und zwar gibt es eine neue Sorgfaltspflicht zum Schutz von Menschen und Umwelt. Eher relevant für grössere Firmen. Denn es gibt ein neues Gesetz oder eine neue Bestimmung, die seit 1. Januar in Kraft ist. Und zwar, muss ich das ein bisschen ablesen, ist hier ganz klar zwei Sachen vermerkt, die wichtig sind. Und zwar sieht das so, große Unternehmen in der Schweiz sind dazu verpflichtet, transparent und überall für die Risiken ihrer Geschäftstätigkeit zu berichten. Dies betrifft bei ihnen die Bereiche Umwelt, Sozial, Arbeitnehmerbelangung, Menschenrechte sowie Bekämpfung der Korruption. Dann Unternehmen mit Risiken im Bereich Kinderarbeit und Konfliktmaterialien unterliegen einer strengen Sorgfalts- und Berichterstattung. Und die Unternehmen haben ein Jahr Zeit, um jetzt das entsprechend aufzugleisen und müssen dieses Gesetz dann oder diese Bestimmung am 1. Januar 2023 vollumfällig halten. Finde ich sehr spannend. Wusste ich nicht, dass es das gibt. Wird irgendwie auch ein bisschen noch totgeschwiegen. Bin ich mir aber überzeugt, dass das noch ein bisschen für Aufruhr sorgen wird. Und spätestens im 2022 wird dann das sehr spannend, wenn dann diese Sorgfaltspflichten öffentlich vorgetragen werden müssen. Let's see. So, hast du noch eine Änderung im 2022, wo du sagst, hey, die muss auch noch erwähnt werden? Dann bitte in den Comments. In diesem Sinne, hat mich gefreut, dass du zugeschaut. www.saizienschrump.ch Pass auf dich auf, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Dein Christian. Ciao. Ciao. Ciao.